Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario Kart. Klein Bowser. Ja, das hat sich ein bisschen rausgezögert. Wir schrumpfen uns instant, sofort, ohne weitere Verzögerung und gehen in den Star Cup Race. Wie der das Star Cup Race. Und werden so hemmungslos versagen. In diesem wunderschönen, eisigen, Minusgrade-Tag. Nein, ich fahre durch die Papa. Geh, 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 blöder Fisch. Ich muss dazu sagen, dass wir dieser SNES-Version die Texturen von bewegbaren Objekten, sprich, Objekten, die auf der Strecke sind, sich gerne mal verschieben, ein kleines bisschen. Auch von den Fahrern, ich weiß auch nicht warum. Meine alten Versionen. Jun, war das nicht so. Nein, Cooper, bleib weg! Oh Gott sei Dank. Hm. Es kommt davon, wenn man versucht, auf der Strecke zu fahren, um den Mario abzuschießen. Deshalb bin ich immer im Wasser. Ich bin ja so eine... So was Schildkröten-ähnliches. Cooper-ähnliches. Sollte das eigentlich gut funktionieren mit dem immer im Wasser? Sollte mich nicht stören. Bib, 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 Bib. Mit Pilz. Stern und Pilz. Aber. Ich ignorier die mal. Äh, es könnte wieder nach hinten losgehen. Und fahr ganz gemütlich mit meinen Pilze in das Chile. Oder Probleme. Hab nur ein bisschen für Unterhaltung gesorgt, indem ich mich absichtlich hab zu einem fahrern lassen. ja der hunde 2 war ich war 240 prozent langsamer hin und das 5 oder plus 140 prozent sich ist es so natürlich aber naja das war rettung letzter letzte millisekunde war die alle verlegen also war rechts ich muss mich jetzt wieder voll dran gewöhnt dass ich so riesen schlenker mache nicht in der kurve überholen das klappt was da hätte ich darüber fahren müssen so richtig so kann ich den pilz nicht richtig ansetzen fünfter letzte runde schaffe ich noch wenn die mir nicht das genick bricht oder sowas in der richtung schaffe ich noch schaffe ich noch sage ich sagte ich sagte ich und wurde zweiter nur gerade so aber ja ich hätte gedacht dass ich die runde wiederholen darf war das schlecht warum wird mein bildschirm zwar miteinander schwarz lustig wäre es wenn es während der aufnahme passiert so richtig während der aufnahme richtig werden die ich fahr weiter hinten als ich war bananen schade okay das war so außen rum fahren war hast du schlenker gefeck stein so eine feder ist eigentlich total interessant und nützlich aber ich nehme lieber den stern ich frage mich warum ich so abartig nach außen fahre das ist ja mal jetzt fährt er die kurve sofort rum es liegt auch glaube ich am stern der mir jetzt nichts gebracht hat so dann probieren wir es noch mal wird er dort und den blöden cooper noch erwischen also das war ja auch Autsch. No nö. Ich hab jetzt damit erwartet, dass er wieder nach links ausschlägt. Ja. Ich hab kein Problem mit. so aber ich wieder damit gerechter total ausschlägt weg du komm so knapp herzstillstand so langsam wird es doch wieder wenn kurven sterben und krieg jetzt die 200 sterne also so um die kurve rad hat das hätte ich jetzt alle gedacht der vierte pilz alter bleibt doch mal auf der strecke ich weiß gerade was ich mache so um dieser blöde strecke zu bleiben manchmal bleibe ich manchmal nicht und ich bin gerade am ende meines lateins wie ich das ändern könnte und deswegen einfach weiter versuchen so jetzt schon wieder ständig weil ich in einem komischen schnee war nachkommen blöden steine jetzt kämpfen wir uns gemütlich voran okay ich darf nicht einfach nur lenken ich muss immer kratzen ansonsten schlägt er immer aus das war knapp ja das meinte ich mit immer ausschlagen einen pilz will ich nicht wer führig aber nein beste position und natürlich klein zu werden könnte nur gefällt dass er auch drüber rutscht ich kriege ich noch also wenn es so weiter geht wird es eine sehr sehr kurze aufnahme oh mein gott kann mich nicht erinnern dass ich da was zu probleme hatte immer muss ich wenigstens nicht keine angst haben überfahren zu werden ob man anschale bleib weg kommen oder fahr schneller oder irgendwas in der richtung wo wir da stellen so hätte bis zum schluss aufheben also 15 runden fahren wir dadurch ohne dass irgendein stein jemals hätte durch einen npc dran glauben müssen ein klein bau sei hinter mir ich fahr gegen den fahr doch auf der strecke klein bau sei hinter mir deswegen fahr ich jetzt gegen dieses blöde teil so noch eine runde ich muss mir angewöhnen dass ich durchgehend kratze aber nicht wenn ich im schnee bin kratze ist das was ich mache wenn ich um die kurve rotter so hauptsache stellt durch geschafft die doch weg ich will dich mit umfahren hätte wäre wenn der kuban nicht gegen diese blöde stein gefahren wäre ich ohne probleme erster geworden aber hauptsache runde rum ich habe noch gar nichts noch schaffen naja versuchen wir uns beste so können wir nichts wieder bremsen sonst fliege ich da rein eine map auf der fragezeichen so gut wie unnötig sind bitte und die die ratzende alle rum dass ich hätte gar keine chance gehabt irgendwie vorbeizukommen ich dachte dass ich nach so kurz nach am anfang schon zu schnell bin also heute 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 ne bleib bleib noch länger unten oh mein gott würde ich jetzt zu blöd zum fahren oder ich das wirklich daran dass es der browser ist ich habe schon immer gesagt enge kurven mit sternen sind und lustig ich dachte ich hab den pfeil ich komme nicht mal neben mir eher an den siebten oh meine fresse da vorne krieg ich noch eventuell noch und ständig nicht brauche das war mein kopf das ist das nicht in der kunde ja soviel dazu wir sehen uns in die nächsten paar hehehehe tschau tschau